So, hallo, Wüstenwelt, wir gehen rein, ohne Umschweife und sammeln 49 Seelen, vielleicht, vielleicht auch nicht, mal gucken, ne, ach ja, das war ja die Welt mit der riesigen Oberwelt, okay, da war schon mal nichts, ich wollte da nur mal nachgucken auch, ja, das, äh, hat gut funktioniert, so, ich bin ein bisschen energietechnisch, äh, wie immer am Anfang eines neuen Devils eigentlich nicht, sondern nicht gut drauf, hier, hehe, ja, okay, da ist natürlich Party, die Dinger fallen alle, okay, ich frag mich gerade, was passiert, wenn das Ding auf den Teil drauf fällt, ob das dann kaputt geht, das könnte nämlich durchaus passieren, äh, aber wir sollten bestimmt Maulwurfsdinger nehmen, weil wir bestimmt hier so Hügel haben, gleich zum Aufbuddeln und hast du nicht gesehen, und ja, da geht's schon los, okay, Okay, da gibt's Essen, Essen ist wichtig und richtig, ist hier noch irgendwas, oder falle ich gleich wieder runter, okay, aber wir brauchen den Maulwurf, auf jeden Fall, dann kann ich das Schwert schon mal ablegen, So, Erstmal Essen, Dann Maulwurf, Wow, das war nicht der Plan, Das war der Plan, Das war der Plan, Das nicht, Auch nicht, Aber wahrscheinlich muss man alle aufmachen, Die muss man nicht, Ja gut, dann hätte ich mir das auch sparen können, Genauso wie das, Na gut, So, jetzt kommen die Dinger hier, die runter, Ah, das muss ich tun, Alles uninteressant hier, Ja, da war ich mir unsicher, was passiert, wenn der auf den drauf stürzt, ob der dann weg sein könnte, T, wir werden es nicht erfahren, ob er weg sein könnte, weil es passiert nicht mehr, so, hier ist nichts weiter, okay, ich kann mich ja genauer umgucken, wenn nachher eins fehlt, wir gucken uns jetzt erstmal nicht genauer um, sondern hoffen, dass wir alles finden auf Anhieb, das ist doch mal ein Plan, Essen, Essen, Keine Essen, Oh, äh, Das ist jetzt nicht so gut, Erstens mit der Energie nicht, zweitens mit der Fähigkeit nicht, Aua, Ja, Ja, was soll ich tun, Ich bin halt so gut wie tot, Gut, Haben wir mit voller Energie, Ach, ne, Alles von vorne, Äh, So, Oh, for real, alles von vorne, na gut, Aber wir wissen jetzt, wo die sind, geht jetzt ein bisschen schneller und fixer und alles, Ich weiß jetzt zum Beispiel, dass ich die hier außen nicht aufmachen, Wirklich, Äh, dass ich die hier außen nicht aufmachen brauch, Sondern nur den da am Rand, So, Hier gibt's auch nur ne Münze, Mehr war ich ja schon gar nicht, ne, Genau, jetzt kam er schon hier hin, Okay, war ja gar nicht weit, Hier drüben war auch nix, Oder, Ach doch, da war was, Da war doch so ein Glitzerding, Ach ja, das hat so ne Münze geführt, So, mit mehr Energie ist das jetzt natürlich alles einfacher hier, Wow, Nicht gut, Nicht gut, Okay, Ah, Da ist er da, Genau, Sehr schön, Dann wär hier drüben wieder was zum buddeln, Ne, ist gar nicht zum buddeln, Ah, doch, ist zum buddeln, Hab nix gesagt, Hier aber nicht, okay, Gut, Oh mein Gott, Ich bin so schlecht, Dass mir sowas immer passiert, So, wie gesagt, Wir können uns genau mal umgucken, Wenn nachher was fehlen sollte, Da ist wieder der Kollege, Äh, Ja, okay, Das geht noch sehr weit, Das Ding aktuell, Okay, Ah, hier oben ist bestimmt wieder ein Kampf, Okay, Okay, Da ist ein Schalter drin, Ja, Und der macht mit dem Weg auf, Genau, Das war zu erwarten, Das war zu erwarten, So, die Frage ist nun, Ist hier noch was, Oder nicht, Aber auch da würde ich sagen, Kann man sich noch mal genauer umgucken, Wenn was fehlen sollte gleich, Gehen wir erstmal den normalen Weg darüber, Und gucken mal, Was noch alles so auf dem Weg auftaucht, Weil ich denke, Hier ist noch eins drin, Ja, Okay, Perfekt, Raus da, Und, Ich meine, ich könnte doch gucken, Ob ich noch eine Kapsel finde, Oder noch so ein Stern, So, Äh, So ein Stein, Na gut, das ist ein Stern, Stein, 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 Oha, Aber ich denke, Das passt so, Okay, Raus da, Okay, Der zweite Teil der Oase, Oh, okay, Ich brauche den, Ich brauche den, Den Kollegen, Nein, brauche ich nicht, Okay, Wird dann auch in Ordnung, Dann machen wir das ohne, Kollegen, Gar nicht so schlimm, Gar nicht so schlimm, So, Wow, Alter, Bin ich schlecht, Alter, Alter, So, komm her, Gött, Okay, Einmal Wassermarsch, Hui, Tschüss, So, Schön Energie, Genau was wir brauchen, Mir geht hier leider nicht, Oh, wobei, Warte, war da unten nicht noch was, Ne, ist alles weg, ne, Ja, das ist alles weg, okay, Das kam nur durch das Viech selber, Ja gut, Dann ab nach oben, Okay, Sehr schön, Ist das alles, was, Ach ne, da ist ein Schalter, Ich seh schon, Nice, Und jetzt fährt das Ding hoch, Jawoll, Damit können wir hier weiter, Oh, Blumen müssen wir bestimmt zum blühen bringen, Ah, die blühen schon, Irgendwo gibt es bestimmt noch mehr Blumen, Ah, Jawoll, Da ist es, Ja, ein Dreier, Sehr gut, Das war dann bestimmt auch alles, Ja, Nice, Interessant übrigens, Hier war ja der, Abschnitt, Wo man nach hinten konnte, Ne, Wo so ein geheimes Weg war, Geheimer Weg, Das ist jetzt hier zu, Das ist auch interessant, Oh, da war das hier, Ich denke schon, Kann auch sein, Dass es ein anderes Level war, Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, Das hier war das Level, Wo man zu viel nach hinten gehen konnte, Na, Ich glaube das war das, Ja, genau, genau, Ok, Oje, Wie viele Dosen, Ok, hier sind jetzt genug Dosen, Hier geht es jetzt nicht um Dosenmangel, Ok, sehr gut, Jawoll, eins, Ok, Oh, Auch interessant, Okay, da ist tatsächlich nichts. Na dann, Abflug. Okay, mehr ist da nicht aktuell. Okay, da brauche ich den Ring. Ich habe bisher nichts Neues gefunden. Okay, da brauche ich auch den Ring. Und da ist der Ring. Mit einer E-Mail. So. Oh, ein Dreier sogar. Nice. Geht gleich wieder vor. Okay, da brauche ich das Dreieck. Hoppala, was? Zur Hölle. Ich dachte, ich lande auf dem Ding, aber anscheinend nicht. Okay, da brauche ich auch das Dreieck. Und da ist das Dreieck. Knopps. Okay. Lol, einfach auf dem Viech gespawnt. Okay, kann man mal machen. So, dann gehen wir doch gleich... Oh, lol, schon wieder. Noch ein Dreier. Was ist denn hier los? Dann sind nicht so viel Lust, hier verschiedene Dinger zu verstecken. Dann haben sie gedacht, oh, wir machen einfach lauter Dreier hinter den Wänden. Aber ist okay, geht schneller dann. Ist mir recht. Okay, da drüben ist das Ziel. Jawoll. Und da war es das auch schon. So muss das. Oh, da gibt es noch was. Jawoll. Die Kapsel fehlt noch. Genau. Nein, ich wollte... Okay, er ist nicht tot. Ich muss doch einen Boost mitnehmen, wenn ich schon hier bin. Gut. So. Was haben wir denn jetzt Hübsches? Ah, wir kommen hier raus. Das war der Abschnitt mit der geilen Musik im Original. Mein Gott, was tue ich? Das war der Abschnitt mit der geilen Musik im Original. Okay. Ja, gut, dann machen wir das so. Alles kein Thema. Knapp aber funktioniert. Und tschüss. Und ab dafür. Sehr schön. Okay. Ähm. Ja, weiter runter. Das ist auch schon der... Der Boomerang in der Form ist auch schon richtig krass. Bäm. Oh. Muss ich da ran, bevor es kaputt geht? Okay. Auf jeden Fall geht es nicht kaputt. Alles gut. Gut. Aha. Erwischt. Und auch wieder alle. Nice. Sehr gut. Optimal. Jetzt wäre es interessant zu wissen, ob wir schon den Stern verpasst haben. Oder ob der noch kommt. Aber bisher sehe ich keine Anzeichen für den Stern. Aber wir haben auch noch einen Abschnitt. Okay, ich soll das Feuer nehmen. Ab dafür. Okay, hier rüber. Okay. Gut. Stachel. Okay, da ist nix. Oha. Oha. Sehr gut. Oh, da war ein Abgrund. Ups. Hätte ich vielleicht gesehen, wenn ich das angemacht hätte. Ja. Ja. Wo bin ich denn jetzt schon wieder runtergefallen? Nix. Tschüss. Okay. Tschüss. Okay. 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 Da vorne brennt es. Da bräuchte ich eigentlich Eis. Und nicht noch mehr Feuer. Ja. 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 Sollte es Deko sein. Ah, hier ist Scheiße. Es ist noch eine Platt. Noch ein Dings. Ja. Ja, ich segel dann mal runter. Schade. Ah, kein Eis, aber Ringfähigkeit. Okay, ist auch in Ordnung. Funktioniert genauso gut. Geht mir nicht auf den Keks. Wusch. Wusch. Und nochmal. Wusch. Ein Dreier. Nice. Okay, das waren nicht alle. Aber da oben scheint nichts mehr zu sein, oder? Nee, da ist nichts mehr. Dann haben wir was verpasst. Oh, okay, schlechte Idee. Ich könnte mir vorstellen, bei irgendeinem Abgrund oder so. Ach, gucke mal. Ein Dreier sogar. Ja, moin. Okay, das war alles. Ja, wir sind... Okay, ja, 44 von... Okay, wir haben nur noch den Boss. Wir haben nur noch den Boss. Alles klar, ab dafür. Auf den bin ich jetzt auch gespannt, wie der jetzt drauf sein wird. Ich glaube, ich behalte das Feuer. Ich glaube, Feuer ist für den gar nicht so schlecht. Ich glaube, Feuer ist für den gar nicht so schlecht. Feuer würde ich sogar bekommen als Auswahl. Und den Schuss. Okay, der Schuss... Den Schuss stelle ich mir aber auch nicht schlecht vor. Muss ich gestehen. Gürteltor, Fan, To. Aber der Dauerschaden... Der fühlt sich einfach viel zu stark an. Also, viel zu nützlich. Und ein Abflug nach unten. Oh, da war ich nicht gut ausgewichen. Okay. 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 Ah, okay. Er hat jetzt nicht mehr diese lange Anhaltephase. Du frickst mich nicht in deinen Käfig, Kollege. Das wird nix. Kommt jetzt der Roboter? Nee, irgendein Sandsturm kommt. Ah, doch der Roboter. Interessiert mich gar nicht. Okay, cool. Okay, jetzt hat es mich doch noch kurz interessiert. Aber schaut euch mal an, wer es der für einen krassen Schaden schon gekommen hat. Aua. Alter. Alter. Oh, nee. Das ist jetzt nicht gut. Das ist jetzt nicht gut. Ich muss in die Ecke. Da fehlt nicht mehr viel. Der muss nur noch ein bisschen Schaden kassieren. Aber ich auch. Das ist das Problem. Und er kommt. Oh, ich komme nicht weg. Okay. Schade. Hätten wir locker haben können. Habe ich versaut. Habe ich versaut. Würde ich aber fast dann gerne mal die Variante auch ausprobieren. Weil das ist nämlich, Digi, das ist nämlich auch gut. Weil da muss ich ja nicht mal zu ihm hin. Dafür. Damit. Ah, scheiße. Das hat nicht so gut hingehauen. So. Abflug. Hoppala. Nice. Da interessiert nämlich auch das Rollenfassen gar nicht. Also fast nicht. In Anführungszeichen. So ein bisschen dann doch. Aber halt nicht so sehr. Oh. Ich ja wollte ausweichen. Das war nicht so gut. Ja, aber das ist halt. Das ist halt für die Attacke super gut. Oh, schade. Ich dachte, ich kriege ihn. Weg. Oh, ich muss da weg. Ah, das war dumm. Ich mach doch nochmal den hier. Und den hier. Und nochmal rüber. So. Jetzt aber hier. Tschüss. Das dürfte doch jetzt ausreichen. Ah, noch nicht ganz. Aber jetzt. Ja, ist die bessere Waffe. Feuer ist auch nicht schlecht gewesen, aber die Waffe war deutlich besser. Und praktischer. Huh. Nice. Und rein da. Gut. Oha. Boss. Die Phantom-Däger gibt es auch noch als Kapsel. Ai, ai, ai. Okay. 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 So. Eine Welt bleibt noch. Ja. Eine Welt bleibt noch. Und dann geht es schon zum Finale. Ich bin gespannt. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Geiz. Ja. yeah. Ich bin gespannt. Ich bin hexade.